So, hallo Leute, wir sind wieder da. Oh, Jan, was machst du denn? Du sollst dich doch dann... Was machst du denn? Gib Gas! Welche rechts? Denn hier ist keiner. Ja, hier steht normalerweise. Egal, fahr weiter. Einfach weiterfahren. Halt auf, fahr einfach. Fahr einfach geradeaus gegen den Baum. Ein Drove geradeaus into Elchry. Einfach Attacke jetzt. Ich seh nicht mal Bäume. Nicht. Einfach die Augen auf. So, rechts abbiegen bitte. Das ist ein großer Ränderfehler. So. Nee, die Karre ist zu eng. Oh, oh, oh. Ah, die Nigga Bright fährt übrigens. 160 FPS beim Spielen ist es irgendwie voll komisch. Und ich hab hier von 30 auf 160 hochgeschubt. Das ist irgendwie richtig komisch. Hast du beim Aufnehmen nur 30? Ja, ich hab das eingestellt. Ja, natürlich, du hast auch nur 30. Das ist eingestellt für Dx-Story. Stell das runter. Äh, ja, aber bei mir... Wie... Also bleibt die direkt auf 30 stehen, oder was? Ja, bleiben sie dann. Also bei mir... Bei mir hängen die... Hängen die so um die 50, 60 rum. Mit der Aufnahme. Zumalerweise sind das... Dann weiß ich, warum es bei den Rändern so lange dauert. Du hast 60 FPS wahrscheinlich angestellt, wenn er aufnehmen. Nee, der macht... Weiß ich auch nicht. Der ist jetzt bei 70 gerade. Vielleicht würdest du das 30 runterstufen dann, wenn er aufnimmt. Oh, warum ist denn hier so alles, wo hier so... Kacke? Aber mit 30... 30 FPS kann ich nicht spielen. Das ist Kacke. Äh, 30 FPS ist flüssig. Ich weiß, aber es... Ich weiß, es ist... Theoretisch ist es flüssig. Für mich leckt es dann trotzdem. Ich kann mit 30 FPS einfach nicht zocken. Habt ihr die Karre gesehen? Die ist einfach weitergefahren. Hä? Oh, sieh da, mei, Alter. Was machst du denn hier unten? Oh, haben wir uns doch von unserem Thron begeben. Ja, ist so, ne? Oh, warte, ich muss mal im Müll schniffeln, warte. Oh. Anything will help. Steig aufs Hoteldach. Ey, lass uns das Hoteldach mal besteigen, du. Ey, da waren wir ja nun hier nie drauf, ne, oder? Was? Auf dem Hoteldach. Natürlich. Echt? Nein, Jan, ich fahre. Nicht Nikos, fahre. Du fährst so scheiße. Steig aus. Rausch, aus dem Auto. Nö. Du kannst mich immer. Du fährst genauso scheiße wie ich. Und manchmal sogar noch schlimmer. Dann würde mir sogar dumme Recht geben. Ja. Fabi, ich erinnere ja nur an diesen schönen Screenshot. Ja, für mich wäre es ein bisschen eingeklemmt. Jawoll. Ihr Loser. Ihr seid zu scheiße. Ich verpisse dich. Bis euch. Jan, lass ihn nicht vorbei, lass ihn nicht vorbei. Ich sehe ihn nicht. Scheiße, mir hat das so schön abgedrängt. Nice. Danke. Dafür überfahre ich euch. Ja, mach. Wir sitzen im größeren Auto. Wir haben das... Wir sind im gepanzerten. Wir haben den größeren Wagen. Und auch den größeren. Ja. Klar. Beim Vergleich, der hat ja wohl gleich gewonnen. Oh. Wo müssen wir eigentlich hin? Achso, wir müssen dann vorne links. Ja, stimmt. Ja, Mann. Fabi hängt uns am Arsch, Mann. Ich bin direkt dran. Hier, erwischt. Holy shit. So, jetzt scharfe Linkskurve. Ich glaube, so scharf war der jetzt auch nicht. Das war eher eine bittere Süßkurve. Äh, Linkskurve. Oh, Alter. Was hat sich denn da gerade auseinandergefetzt? So, aussteigen. Pass auf, jetzt kommt der von hinten angefahren. Ich wusste es. Warp. Jawoll. Oh, Alter. Ich helb auch. Oh, oh, Alter. Ihr geht gerade die Post ab. Nee, du machst... Du machst mich vielleicht kaputt, aber... Mehr auch nicht. Ich schnapp mal ins Wasser. I stuck. I stumped, Dad. Fabi, du hängst. Was wollen wir für? Oh, Alter. Jetzt geh ich schon sterben. Ja, Jumpkick. Palmkin, Palmkin. Los, X drücken. Alle X drücken. Alle X drücken. Ach, gar nicht wahr. Hey, was ist jetzt passiert? Da waren wir noch nie, Fabi. Natürlich, das ist die Hauptquest. Da müssen wir gewesen sein. Ehrlich? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Oh, doch, 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 doch. Jetzt kann ich mich da wieder dran erinnern. Ein Auer? Seit wann duzen die sich denn? Guck mal, er freut sich voll. Fuck, ja, nein. Ist so. Der Kolonial Helikopter wird auf den neuesten Flugzeugkrankern gerettet. Aber erstens, du musst hier kommen. Wir haben Rücken, wir haben Gas, wir kommen da. Rücken wollen nicht kreisen. Schwimmen. Fabi, das machen wir aber noch nicht, ne? Wenn wir einmal drüben sind, dann war's das. Ja. Ich nehme an, du hast einen Timer nicht gestartet. Nein, ich auch nicht. Ich habe es vergessen. Egal. Bösser Schätze. Mache ich bis sieben nach neun. Ich kam zu der Prise zu holen, um meine Frau zu holen. Die Doktor, Emily White. Können wir mit ihr sprechen? Was ist das? Kommt wieder? Wir wollen sie sprechen. Ich habe gesagt, sie ist bald hier. Beaten von einer der Infecte. Sie war zu helfen, helfen sie. Ich weiß nur das alles, weil ich sie her. Was ist das? Ich weiß nicht, was wir suchen. Ich weiß nicht, was wir suchen. Ich weiß nicht, was wir tun haben. 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 Alles klar, White. Wir nehmen dich auf deine Worte. Wenn das eine Art von Kahn ist, dann werde ich dich persönlich auf die Hände nehmen. Fass mich. Es ist uns gegen sie. Wir werden uns in Kontakt. Hä? Geht gleich wieder los hier. Ja, ja. Eger hat die Wichtige wieder zusammengeschlagen. Na super. Die haben unsere gepanzerte Klarkarre geklaut. Mega slow our car. Oh shit. Alter, du hast mich fast hingeschubst, ne? Ja, super. Und mein Carre-Hengpäste dürfen zu Fuß gehen. Oh, warte mal. Ja. Ich hab mal hier ein bisschen was aufgehoben, so. Oh. Warum ist das hier rot? Weil da Blut ist. Ja, warum ist da Blut drin? Ist doch gar nichts drin, oder? Keine Leiche oder so. Einsteigen. Bin drin. Ich auch. Ey, wir müssen trotzdem in eine andere Richtung irgendwie. Oder hab ich schon wieder eine andere Crest als ja? Ich seh's gerade auch, ich seh's gerade auch. Ich seh's gerade auch. Ich wende schon. Bei mir nicht. Bei mir schon, bei mir müssen wir ja auch hier hin. Warten wir kurz an, mal gucken. Soll, ich hab die auch Crest. Ja, ich auch. Ja, wir müssen zurück zum Rettungsschimmer. Ja, mir wird gesagt. Ich fahr jetzt einfach zurück zum Rettungsschimmer-Turm. Ich wollte schon richtig sagen. Ey, weg da so dumme Frau. Aus der Weg. Wer ist der beste Super Agent von der Welt? Ah, NG. Ah, NG. Und jetzt sagt ihr mir doch mal das Bescheid mal die Karre mitzunehmen. Jetzt hätten wir zu Fuß laufen, bis er echt nicht mitgenommen. Oh, Entschuldigung. Haha, wow. Ja. Wow, 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 wow. Und du sagst was von schlecht fahren. Ey, das ist so, ne? Ey, du bist mal entgegengeguckt vorhin. Das war nur ein Baum. Ja. Du bist voll gegen die grünsten Fahrzeuge gefahren. Das war nur alles. Das war ein Auto. Ja, war eine ganze Reihe von Autos. Ich wette mit dir gefasst. Ja, kurz bist du gegen ein Auto gefahren. Aber wir kommen gleich ein Auto fest nochmal gegen. Du bist voll die meckernde Ehefrau. Als ob wir schon 20 Jahre verheiratet werden. Oh, 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 oh. Jetzt geht's los. Wir kennen uns aber schon. Zwölf Jahre circa. Ja, kommt hin. So, Leute. Ja, weißt du, die Karre steht vor dem Hotel. Und jetzt auf einmal wieder mit dem Rettungssturmator. So, okay, wir wechseln dann jetzt den Part. Ja, auf einmal steht der Barstatter oben. Ja, ey, mein Gott. Jetzt können wir da wieder hochladen. Leute, der Part wird jetzt gewechselt. Nein, wir geben jetzt unsere Story ab und dann noch gleich wieder. Achso, oh Gott. Hä? Wir dürfen uns doch nicht. Hä, wo ist denn der jetzt? Oben oder was? Ja, hier ist oben. Wir waren alle nur auf dich. Ah, ich hab links einfach gedrückt. Du Affe. Du Affe. Wenn du unterwegs bist, wie du bist, dann ist der schnellste Weg durch den Tunnel. Ich höre mega scheiße. Aber ich muss sagen, dass gefährlich die Tiere daraus Menschen ist. Und nicht die Toten. Aha. Ja, ja, langweilig, langweilig, langweilig. Also, okay. Pimpchen! Okay. So, also Leute, das war's mit diesem Part. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!